Willkommen zurück zu The Legend of Zelda A Link to the Past. In der letzten Folge haben wir das dritte Amulett errungen. Wir haben das Master-Schwert erhalten und sind jetzt auf dem Weg zum bösen Zauberer. Denn er hat die Kirche überfallen, was für ein Typ er ist, hat er denn eine Kirche überfällt. Er hat den Priester töten lassen oder getötet und hat die Prinzessin empführen. Und jetzt wollen wir mal dafür sorgen, dass er bestraft wird. So, wir müssen jetzt mal die Typen küllen hier. Master-Schwert, darf das kein Problem sein. Also, geht doch. Und ein Rubinchen, na komm. Ich hasse diese scheiß Morgenschein-Typen. Kann man auch nicht betäumen, also direkt wieder aufwachen. Komm her, guck's jetzt. Also, geht doch. Du hast nur ein blaues Rubinchen, das ist doch gemeiner, als sowas. Und eine Truhe mit einem Schlüssel drin. Dann hat's doch auch so dunkel hier. Oh, nix hier. Nein. Herzchen, so, wo noch manche Energie. Komische Federmäuse. Na. Ah, hier ist die Truhe. Rubinchen und den nächsten Schlüssel. Na, ich geh auch da durch, halt, das ist ne Sackgasse. Das ist ne Sackgasse. Gönne die Fakten, einen Stunden Abo. Wär langweilig. Komm her, du bist ein Obd'Omme. Ein Herzchen. Da ist die Tür. Wunderbar. Und dann geht's los. Na, los, sowohl. Geist aufgeben. Wie machen wir manchmal so hart, wie sonst was? Und den Kreisen, Mama hat ein Damage-Spiel mit dem normalen Einzelschwert. Also, das heißt, blau, drei. Grün, zwei. Und rot, vier sogar, nur. Machen wir überhaupt keine Kreise mehr. Dann, dann, dann. Das ist ein Arschloch, der Verschwinde. Ich schwöre von dir doch nix. Ich liebe es mit einem Boss. So, hier, der Ding. Tür aufgeht. Also, geht doch. Böhmchen, also, mal davon nicht genug hätten. Ach, was schon der Richtige. So, Schlüssel. Schlüssel. Und hier sind die Roten. Zum ersten Mal, ich werde mal gegen die jetzt. Eins, zwei, drei. Oh. Okay. Verdammtes Arschloch da. Ne, hier gibt es keinerlei keine Karte. Aber, sonst sind sie fast da. Zwei Stockwerke, dann sind sie mal da. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Na, frei, habe ich gesagt. Hatten wir zwei Krüge raus, sieht geil. Das Liedermäuse. Das Schlüssel. Was haben wir noch hier? Römmchen. Nix. Pfeile haben wir noch voll. Nix. Herzchen haben wir noch voll. Was haben wir hier? Noch ein Wien. Also, geht doch. Nehmen wir uns drei mal vom Staub. Ich will kein Nerven mit euch. Okay, blind Fisch. Und, da sind wir auch jetzt schon. Nein. Oh Mann. Hier wird doch nett. Guck, guck. Hier bin ich. Oh lala. Daniel, schön, dass du gekommen bist. Haha, ich habe auf dich gewartet. Endlich kann ich Zeit noch vor deinen Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin. Noch siehst du sie in ihren ganzen Armut. Und auch nicht mehr lange, Kleiner. Dieser scheiß Zauberein, der geht mir jetzt schon um den Sack. Ja, richtig. Komm, mach hinne. Na bitte, damit ist das Siegel der Siebenweise nicht gebrochen. Haha, nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten. Denn, hahaha, die Gornel macht es mit uns. Hahaha, mach's gut, Kleiner. Feigling. Komm, wir wollen auch was zaubern. Zaubern, zaubern, komm, ich will auch zaubern. Ach, Mann, oh. So, ja, stellen wir uns mal in den Kopf. Wo mag er wohl hin sein? So, Schmetterlingsnetz. Ah, da ist er ja. Und? Jetzt kriegst du auch richtig fett auf die Fräse. Ohlala, möchtest du mich so ein Däuer herausfahren? Ich liebe also, ich konnte ihn nicht direkt angehen, weil sonst immer einen Stromschlag. Wir müssen versuchen, seinen Zauberwind zurückzulenken. Und zwar so mit dem Schwerterlingsnetz. Haha, kann man natürlich auch mit dem Schwert machen, aber da ist es zu ungenau. Vor allem, bei dem zauberen Haust, einmal kriegst du damage, aber so. Wurde eigentlich alles wunderbar abgeblockt. Oh, klar. Oh, der letzte Blitzer sieht man darin, dass er nicht auf uns zielt. Du mal, Zauberer. Mit dem Blitz wird schon erst recht auf einen ziel. Letztendlich ist er vielleicht noch ein Cis Lord. Ne, falsches Spiel. Das ist jetzt aber auch nicht auf den Zeug geschmissen werden kann. Er ist bescheuert. So, komm. Blitze. Nicht gut, tut weh. Na, komm, mein Kleiner, komm. Nein! Oh, Mann, verfehlt. Gibt's noch nicht. Oh, das war zu spät. Komm. Oh, mein Vater, ist doch ne... Was ist denn los, ey? Na, also, geht doch. Das soll so nett passieren. Ich glaube, noch einmal werden wir treffen müssen, bestimmt. Oh, Mann. Was fehlt, der Scheiß ist wieder nett. Wie, was ist denn los? Es ist so nett. Wie, wer ist das? und die schatten wird verwandt hat und hier muss ich ein leider ein stück bis nachher